Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Frank, ich komme von vorn und du kommst von der Seite. Sprich, deine Gebete. Oh, Entschuldigung. Hallo, Chase. Wir sind gerade bei den Proben für unser Stück. Okay. Irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen. Hier passiert nie irgendwas Spannendes. Ich... äh... Die Vordertür war zu. Ganz ruhig, Derek. Keine Sorge, Jungs. Der Chief hat mich vorgewarnt und ich habe auch schon einen Dienstplan. Frank, deine Aufgabe ist es, die Kaffeemaschine ständig am Laufen zu halten. Sie können mir vertrauen, Sheriff Huckleberry. Und Chase. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Derek, benimm dich. Also, dann treibt ihr beide Farmer Hayes entlaufene Schweine zusammen. Die Farm ist südlich von hier. Ich würde ja selbst gehen. Aber heute ist Premiere und ich kann meinen Text noch nicht. Geht klar. Komm, Chase. Ich will die Tieris sehen. Das ist kein Streichelzoo, Frank. Okay. Je schneller wir die Tiere finden, desto schneller kann ich mich wieder Rex Fury widmen. Hey! Schau mal! Pferde! Können wir die benutzen? Denke schon. Kannst du denn reiten? Kommt drauf an. Fährt man die mit Automatik oder Gangschaltung? Vielleicht gehst du besser zu Fuß. Bis später! So, da sind wir wieder bei Lego City Undercover. Mein Meister ist natürlich auch wieder dabei. Ja, und wir reiten hier fröhlich. Und wir gehen jetzt in zur... Chase! Meins hängt im Rückwärtsgang fest! Und es hat keinen Kopf! Und einen ganz komischen Hintern! Du sitzt falsch rum, Frank. Oh! Erklärt aber auch, warum es den Apfel nicht fressen wollte. Danke, Chase! Wir sehen uns auf der Farm! Ja. Wir gehen jetzt zur Farmer Hayes Farm in Fort Meadows. Ja. Dann geh mal dahin. Ich reite dahin. Folge den grünen Stats, um dein Ziel zu erreichen. Da vorne ist er schon. Hier die... Eisenbahnbrücke. Einfach so durch die Landschaft. Ich quälte das Pferd, hört sich so an, Alter. So, und dann... ... in deinem Satz hier in das Ding hier rein. E-E-E-E ... in deinem Satz... ... in deinem Satz! Alter! Guten Tag, Sir! Ja! Endlich! Du musst meine Schweine finden. Und deshalb bin ich Polizist geworden. Es sind Berkschweine. Unglaublich seltene Sorte. Ich werde noch bekloppt vor Sorge. Werde? Fürchtet euch nicht. Das ist Chase McCain. Wenn jemand qualifiziert ist, Schweine zu finden, dann er. Danke, Honey. Sollte nicht allzu schwer werden. Ist ja nicht so, dass sie fliegen könnten. Naja, es sind Berkschweine. Die sind überall. Und nirgends! Ich bleib besser hier. Falls sie zurückkommen. Na gut. Ich sollte nach Rex Fury suchen. Du musst wie ein Farmer aussehen? Oder sie hauen ab? Ich hab ne Latzhose und nen Hut, die ich nicht mehr brauche. Super. Danke. Hab die Sachen zuletzt beim Ausmisten getragen. Oh. Tja. Die stanken so sehr, dass ich sie weggeschlossen habe. Und dann hab ich den Schlüssel, sicherheitshalber, in einem Feld vergraben. Ist klar. Und jetzt sind sie verflucht. Nimm einen alten Trecker, um das Feld nach dem Schlüssel um zu pflügen. Reparieren müsste man den aber mal. Ja, das ist ja ne tolle Farben. Ja, auch sehr schöne Musik hier. Passend. Geölt müsste er werden. Wenn ich nur wüsste, wo ich die Kanne gelassen habe. Alter. Du wüsste meine Fußabdrücke zurückverfolgen, um rauszufinden, wo das Öl ist. Hier funktioniert ja gar nichts auf der Farm. Der Traktor braucht Öl. Such welches und bring es her. Ja, und wir haben übrigens auch neue Verkleidungen. Kann Paul Meister auch gleich mal genauer vorstellen, nicht wahr? Das ist hier Horace Cohn, der Polizist. Den haben wir auch in einem der letzten Parts freigeschaltet, glaube ich. Das hat das Öl gefunden. Bring es zurück zum Traktor. Hier habe ich Hai Chen, der Räuber. Reden wir das mal? Ja, tanken ist voll, je nachdem. Warum redest du so leise? Ein bisschen laut reden. Jetzt versteht man sich so schlecht. In dem Feld also. Oh, kleines Feld, ne? Das Feld ist aber wegschieben. Da ist seine nächste Mission. Der Pflug des Traktors kann im Feld versteckte Objekte aufspüren. Hey Chase. Ich habe gehört, dass du zu Onkel Duke versetzt wurdest. Wie geht es dir denn? Wie es mir geht? Anstatt Fury zu schnappen, suche ich nach einem Schlüssel, der mich zu stinkenden Latzhosen führt. Und das mache ich, damit ich ein paar entlaufende Schweine zusammentreiben kann. Wieso suchst du nicht einfach mit dem Audioscanner nach den Schweinen? Oh, dann ist ja alles okay. Ich melde mich wieder. Alles klar, danke Ellie. Ja. Noch eins. Was ist denn das jetzt? Tja. Was zu suchen? Der Pflug des Traktors kann, benutze ihn, um den Schlüssel aufzuspüren. Oh, der Schlüssel. Natürlich im Letzten. Ich glaube, der ist immer im Letzten. Egal in welcher Reihenfolge, die man weg macht. Du hast den Schlüssel gefunden. Geh mit ihm zur Garage. Geh mit ihm zur Garage in der Nähe der Scheune. Jetzt ist es immer angezeigt. Geh mit ihm zur Garage in der Nähe der Scheune. Ja. Ja. Ah, was soll denn das? Was ich eigentlich machen wollte, dass die Figur wechseln, ist der Metzger. Der böse Metzger. Zivilist. Und dann haben wir noch hier den x8-Multiplikator jetzt drin. Ja. Es ist ja auch cool, dass die Verkleidung dann bei so Zwischensequenzen auch so benutzt werden. Freigeschaltet. Chase McCain, Farmer. Cool. Okay. Mit der Hilfe von roten Töpfen kannst du Pflanzen wachsen lassen und mit diesen höhere Ebenen erreichen. Alles klar. Von Audioscan-Punkten aus hört man so einiges. Benutze sie, um Tiere vom Hof zu finden. Hier sind auch zwei Abwärtser. Riechen gar nicht so schlimm. Oh, nee, doch. Jetzt rieche ich's. Ich sollte die Schweine möglichst schnell finden. Hier kann ich jetzt, glaube ich, ein Gespräch anhören von den beiden. Und sie haben tatsächlich mal ein UFO gesehen? Oh, ja. Ich sah dieses komische, unheimliche Licht und wurde dann in dieses Raumdings gezogen. Da haben sie komische Sachen mit mir gemacht. Oh, was für Sachen denn? Haben tief gebohrt. Na, du weißt schon. Mich nach meiner Kindheit gefragt und so. Und dann haben sie diese Maschine. La, 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 kann sie nicht hören. La, 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 immer noch nicht. La, 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 ich hör nicht zu, ich hör nicht zu. La, 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 sind sie fattig? Ja, da hat Hanni Angst bekommen. Äh, und jetzt? Ja, jetzt geht's nicht weiter. Darf ich jetzt mal eine ihrer Maschinen fahren? Mal schauen. Aber nicht meinen neuen Mähdrescher. Sie haben einen neuen Mähdrescher? Oh, einen niegelnagelneuen Mähdrescher. Kann ich den Schlüssel haben? Nein, das habe ich doch gerade gesagt. So, dann musst du von jetzt wohl mit dem Superhühnergleiten beginnen. Sie müssen also jeden Morgen um 5 Uhr raus? Ja. Selbst am Wochenende? Ja, jeden lieben Tag. Wow, sogar Samstags. So, hier sind noch ein Hühnerteil. Da geht's dann da rüber. Ja. Nee. Drücke A mit dem Superhühnergleiten zu Beginn. Drücke und halte B zum Gleiten. Jetzt wächst hier eine Sonnenblume. Cool. Jetzt kannst du hier wie bei Assassin's Creed über die Dächer... Gehen. Klettern. Da hast du schon einen Audio-Scan-Punkt. Ja, natürlich muss ich Polizist sein. Dafür musst du Horace Cohen sein. Halte das Videogamepad auf Höhe des Fernsehbildschirms, um im Audio-Scan-Modus zu hören, wo sich noch Schweine befinden. Hm, es gibt anscheinend mal einen Punkt, wo ich's kennengelernt habe. Grunds. Hehehe. Das sind Schweine gefunden. Bring jetzt zur Farm zurück. Nur Verkleidungen mit einem Huhn können diese Fähigkeit benutzen. Flatter, Flatter, Flatter. Jetzt Huhn immer zum Adler. Die Schweine von Farmer Hayes sind abgehauen. Finde sie und bring sie zurück zu ihrem... Drücke X, um einen Legoschwein zu reiten oder von ihm abzusteigen. Wir nutzen den Linken-Stick, um dich auf einem Schwein umher zu bewegen. Sind nicht so einfach zu finden, wie? Betsy liebt es, Unfug zu treiben. Du hast eins von Farmer Hayes' Schwein gefangen. Bring es zu ihm zurück. Ich kann Eier schließen. Ich kann Eier schließen. So. Und schon geht die Musik wieder los. Hehehe. Oh, das pennte Schwein. Soll ich mir so ein Farmer sein? Wieder ein Weg, das schlafende Schwein aufzuwecken. Kann ich jetzt hier einfach nicht hingehen und das wecken? So? Anscheinend nicht. So, dann haben wir hier ganz zufällig ein Ventil. Rad. So. So. Wie ist das? Ich hab gut gemacht. Ha 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 ha! Was? Gestorben! Gut gemacht! Philbert stellt gerne mal was an, nicht? Verrücktes Schwein. Und wenn du nach diesem Frank suchst, er ist darauf auf die Burg. Sagt er, er hätte da ein entferntes Grunzen gehört. Trifft dich mit Frank bei der Burg. Na, das kann ja lustig werden. Hast du mit dem Auto? Wie ist der Granz? Doch, da. Was ist denn das für ein Auto? Das ist ein Quad, glaube ich. Ne, weiß nicht. Hey, ich weiß in die falsche Richtung. Ne, wieso hier ist doch die Burg? Das Navi zeigt aber in die andere Richtung. Ja, ich bin schlauer als das Navi. Ja, ich bin schlauer. Aha, du bist also schlauer. Ja, jetzt musst du bald wieder den Navi folgen. Hätte ja fast geklappt. Sind das für eine Route, Alter? Kenne ich gar nicht richtig. Okay. Achso, das Navi reviert dich sogar darüber. Ja, geht's. Boah. Ganz knapp. Ja, ich kann. Ja, danke, dass ich auch steinkern. So, hier ist der liebe Frank. Hallo. Ich hab von irgendwo da oben ein Grunzen gehört. Also entweder ist eins der Schweine auf die Burg geklettert, oder der Bewohner hat eine selten komische Lache. Ja. Sei vorsichtig, wenn du da hochkletterst. Und lande auf was Weichem, wenn du fällst. Okay, Frank. Ich ziel dann auf deinen Kopf. Schon komisch, wie weich der ist. Mein Arzt sagt, ich soll immer einen Helm tragen. Ja, wahrscheinlich nicht, wenn der Kopf so weich ist. Ja. Du hattest recht, Frank. Hier oben schläft ein Schwein. Juhu. Hm, wie krieg ich dich jetzt wieder runter? Finde einen Apfel und eine Banane, um das Schwein aufzuwecken. Ja, Banane gibt's hier bestimmt auf der Burg. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Eine Palme. Ne, ein Apfelbaum. Ja, das ist natürlich. Der natürlich sofort Äpfel abwirft. Eins von zwei. Drücker Arm, den Apfel in den Trog zu legen. Ist das denn hier eine Schweinikanone? Hä? 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 Hä, wo ist das Wiese Fall jetzt da hingekommen? Keine Ahnung. Äh, äh. Alter. Klär dich doch einfach dann hoch. Ja, das wächst erst weiter, wenn du hochläufst. Boah, das ist jetzt ja wirklich wie Assassin's Creed, oder? Ja. Gefährlich, gefährlich. Nicht nachmachen. Oh, das ist aber nicht hier lang, oder? Drücker A, um in den Superhühnergleiten zu gewinnen. Drücker und halte B, zum Gleiten. Boah. Boah. Wird zum Adler. Das ist... Guck mal, da hast du wieder etwas, und da kannst du dich sogar teleportieren. Ist ja awesome. Ach, ja. Oh, genau. Oh, eine Palme. Bananenbaum. Logik. Ist hier so Bananen, wo sie gesteckt sind? Na, dann kannst du jetzt zu den Pfeilen gehen, glaube ich. Obwohl da drüben. Ja. Jetzt ist es wach. Jetzt kannst du auf das, äh... Ja. Okay. Jetzt ab in die Kanone damit. Du hast eine Schweinekanone gefunden. Steck ein Schwein in das Kanonenrohr. Ich bin hier wieder bei. Drücker A, um die Schweinekanone abzufeuern. Na, dann los. Na, hier. Ja, mit dem Huhn, Alter. Noch guter. Ja, Alter. Und damit hätten wir alle. Wie hast du das geschafft? Hab es aus einer Kanone gefeuert. Ha, und als nächstes können Schweine fliegen. Moment mal. Kontrollpunkt abgeschlossen. Freigeschaltet. Parcours. Parcours. Kapitel 10. Zurück am Fall. Hey, JC. Interesse an einem Job? Klar doch. Solange ich dabei keine Tiere reiten muss. Da muss ich dich enttäuschen. Es ist Teil der Sache. Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut wird. Ein Tyrannosaurus. Rax. Wer, äh, will das bitte? Ein Privatkäufer. Vertrau mir. Du willst nicht wissen, wer es ist. Er wird langsam zu einer. Äh, nun, wie auch immer. Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist. Alles klar, Vinny. Okay, dann würde ich sagen, geht's dann mit dem nächsten Part weiter. Ellie, ich glaube, ich hab ne Spur im Fury-Fall. Im Bluebell Nationalpark? Äh, nein. Vinny hat mich wegen eines Jobs im Museum angerufen. Soll einen Roboter-T-Rex klauen. Okay. Wenn mein Onkel fragt, wo du bist, regel ich die Sache schon. Danke. Und sag dem Chief besser noch nichts, okay? Sicher. Farmer Hayes. Na, perfekt. Du hast nicht zufällig meine Schweine gesehen? Die, die ich zusammengetrieben habe? Ah, ja. Hab mich einmal umgedreht und zack, waren sie alle weg. Sind wohl schon in Lego City. Wenn du Ausschau nach ihnen halten würdest, wäre das sehr nett. Besteht auch keine Eile. Okay, Mr. Hayes. Wunderbar. Wenn du eins findest, steck es einfach in die nächste Schweinekanone, damit es hierher gefeuert wird. O-kay. Okay, dann werden wir im nächsten Part zum Museum im Nobelviertel gehen. Ja, ist ganz nobel. Also, bis zum nächsten Part. Und tschüss. Tschüssi. Ciao. Ciao. Isabella, Sie hierher. Wie sind los?